Bei so viel starken Männern, liebe Zuschauer, sieht am Ende dann doch die holde Weiblichkeit und die hat sie mal wieder einfach in die Tasche gesteckt, die Männer. Aber ich fand es schon ganz, ganz unglaublich, wie diese Leute sich einfach beherrschen, wie sie ihren Körper drauf haben. Unglaublich im wahrsten Sinne des Wortes. Später geht es bei uns weiter mit den unglaublichen Geschichten. Zunächst hier einmal die Werbung. Das ist Liss. Das flüssige Vollwaschmittel für Buntwäsche, die bei starkem Schmutz besondere Waschkraft braucht. Und damit Buntes nicht verblasst, gibt's halt nur Liss. Denn Liss packt den Schmutz und schont die Farben. Sag ich doch, das packt nur Liss. Schicksalsschläge kommen unerwartet. Auf unseren Straßen 40.000 Mal im Jahr. Doch der Wettlauf mit dem Tod kann gewonnen werden, wenn das richtige Blut ausreichend zur Verfügung steht. Spende Blut beim Roten Kreuz. Rette Leben. Danke. Musik Die unglaublichen Geschichten bei RTL Plus, liebe Zuschauer, beschäftigen sich schon seit mehreren Jahren mit den Randgrenzen unseres Wissens. Rainer Holbe geht diesmal dem Prinzen von Sansevero nach. Aus dem Grunde hat er sich nach Neapel einschiffen lassen und einen zweiteiligen Film zusammengestellt. Ob sich der...